und damit herzlich willkommen zu meinem neuen let's play sims 4 ich weiß nicht wieso ich das spiele auf der ps4 auf jeden fall erstmal nicht auf dem pc so wie wir das mit sims 2 hatten da war eine katastrophe ich denke das wird jetzt auch eine katastrophe ich muss erstmal den einstellen über die scheiß der sound des katastrophen und ihr seht jetzt weder ich habe mal mit der facecam rausgeholt ich hoffe dass diese verwiesene scheiße mal funktioniert heißt dass sie nicht asikon ist denn dann im bau auf dann im bau rauf also theoretisch sollte es funktionieren ich will nur in den einstellungen weil die scheiße ist echt sehr laut ja was verwöhnt update nein will ich nicht wie wart wann schließen optionen danke spieloptionen da ist einmal richtig dankeschön gesamtlautstärke du leiser heimlich die scheiße laut gewesen okay so ein bisschen kann die kacke laut sein aber nicht so viel halt stimmen ja manchmal alle drunter aber zollt hat alle drunter in dem kaff saa hier machen wir so ein bisschen ja musik das meine ich auch relativ also das ist die musik ja die kann 30 sein von mir aus und diese scheiße kann auch so 30 sein passt okay änderungen anwenden machen wir mal wenn da hin kommen würde so musik weiss keine ahnung spielkamera weiss also ja äh horizontal jetzt ist ja so wie jurassic world mäßig das ist ja auch von die kamera von oben so irgendwie baller heißt vertikale first person gibt es auch ach so kacke dann invertiert ja horizontal nee vertikal ja dann mache ich ja die innen die da auch ego kopf nicken früher kann man schocken durch kraft bewegung ist mir egal mache da also deaktiviert nee mache dreien ich denke ich okay vielseitig gar nicht so lange herum kurven bei dem scheiß deswegen weg 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 und jetzt keiner antwortet wird widerspielen wenn wir meine startseite ich habe keinen plan wo ich die kamera überhaupt hin tue das nächste thema ach du scheiße was gibt es hier alles rauf ich den besitze ach da denke ich mir weil ich mich null auskennen also 0,0 jetzt kaufen jetzt runterladen nee danke ich ich bin voll verwirrt ich spiele einfach mal komm einfach mal auf play einfach mal einfach mal einen großen play button da kann ich nichts falsch machen so jetzt wieder das obligatorische charakter stellen haben das meine geschichte möchtest du meine geschichte erzählen wir beginnen mit einem lustigen persönlich als das anschließend kannst du mein aussehen gestalten fangen wir mal ganz einfach wie alt bin ich ja mir aus wie beginn mir die kollegen dazu zu begeistern ich begeistern mit großen ideen nee ich drohe mir die entlassung ist ich erzähle witze weiß ich doch nicht okay das ist anscheinend auch mal komplett was anderes als wie bei sims 4 wie viel voodoo wende ich zu meinem eigenen vergnügen auf meine freunde an voodoo kein voodoo neue frage okay bis der dinge bis die zeile komplett fertig wäre wahnsinnig und der erfolgreich reicht ich habe gerade neue klamotten gekauft ich schreibe darüber im blogg hängt nicht so ordentlich in den schrank muss unbedingt allen zeigen dass so mehr was ich bei deinem familientreffen besonders wichtig finde eh blutzen für meinen verrückten onk aus dem weg zu gehen eigentlich mein ganz verwandter aus dem weg zu gehen also daher es gibt etwas was ich unbedingt haben möchte mir aber nicht leisten kann Was tue ich? Ich stehle es bis 5 Paar. Ich tausche etwas. Das wäre geil. Ich spare. Ich kann nicht sparen. Ich tausche. Mein Freund braucht jemanden, der auf seine Kinder aufpasst. Ich nehme dann erst so ein Kindermädchen. Er weiß, dass er mich gar nicht erst zu fragen braucht. I try. Wie halte ich mich selbst auf? Indem ich Muck gehöre? Gemeinsam bin? Keins von den Dingen. Das ist für eine Scheiße. Wenn ich mit Künstler ausdrücklich bin, verwirrt sie. Ha! Weiß ich nicht. Das ist, wo meine Sachen sind. Jemand bittet mich an ein Date. Spaß an. Ich lehne mich heflich ab. So, Hammert jetzt. So schau ich aus im Kopf. Geil! Hä? So. Ja, okay. Bestimm mal mein Geschlecht. Schrei mal meine Aussagen werde. Ja. Name. Ja, ist. Ich mein's. Ach, die Scheiße sind das hier schon wieder hier. Karriere. Ich weiß, dass ich nicht alles komplett durchlässe. Bescheuert. Ja, schön. Äh. Wie? Hä? Ja, okay. Ist in Ordnung. Ich kann nicht bestätigen. Was soll ich bestätigen? Ich kann nicht bestätigen. Aber da. Behindert? Zurück. So, also. Okay, ja, Typ bin ich. Das ist schon in Ordnung. Äh. Das ist auch in Ordnung. Standard Gang. Weiß ich noch nicht. Brüchig. Was? Warm. Wie? Hä? Die Stimme. Also. Okay, äh. So, why not. Äh. 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 Können wir mal ein Aussehen, also ein Outfit machen und so ein Kack? Äh, das meinen, die werde ich halt theoretisch bin. Okay, schön. Ja, das freut mich. Hier kann ich keine mehr. Oh, geil. So, okay, äh. Zurück. Persönlichkeit. Okay, schön. Ja, wie kann ich? Hä? Ich bin überfordert jetzt schon wieder. Ich hasse es. Da, hier. Vorname. Geht doch. Äh, ja, nehme ich mal halt mich selber. Äh, ttttttttttttttttt. Plus Nachname. Was auch sonst. Bam. So. Okay. Das haben wir schon mal. Das ist ja schön. Wie komme ich jetzt hier wo weiter? Spielen. Ne, spielen noch nicht. Ich will ja mein Outfit. Hallo. Galerie. Hä? Ich will ja nicht so aussehen. Äh, äh, äh? Ich bin verwirrt. Persönlichkeit, ne. Outfit? Wo ist das Outfit? Ey, da bin ich so los. Zufällig will. Ne, nicht. Ne, eben nicht ich. Hallo. Ne. Ich will nichts zufällig will. Ich will das selber machen, aber ich weiß nicht wie. Wiederholen, rückgängig. D... 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 Hä? Wie kann ich mich denn ändern, ihr Affen? Darf nie wahr sein. Das ist der Gang. Ja, das ist ja mir relativ ralle. Ich bin jetzt... Ich bin nur vor, dass das komplett... Sie mir hinzufügen? Ne, ich will mich be... Ach. Mh... 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 Steuerung, ja, bitte. Mh... Das hab ich jetzt auch nicht gemeint. Menü, Spiel, wiederholen, das ist ja schön. Ich hab keine Ahnung, wie ich mich bearbeiten kann. Galerie. Ne, brauche ich nicht. Okay, schön. Hast du jetzt gedrückt? Hä? Das ist doch Online-Kacke. Ja, ne. Das ist ja eine Katastrophe. Was ist, wenn ich jetzt hier jemanden dazu baller? Einfach ein Sim, ohne Scheiß auf Geschichte. Dann lösche ich halt meinen und dann... ...baller ich hier so meinen rein, oder was? Ich will doch nur mein Outfit ändern. Was ist denn mit euch kaputt? Kann ich nicht. Geil. Kann ich die Funzen löschen? Okay, wenn ich das... Okay, dann... Dann... Dann bleib ich halt so. Okay, die lös ich halt wieder. Aber, ja, dann... Dann bleib ich halt so. Von mir aus. Gott weg. Schüss. Ich hab keinen Plan, wie ich mich hier bearbeiten kann. Aber kommt das jetzt erst. Aber spielen heißt doch in meiner Welt... Spielen! Ab! Okay, spielen! Eb... Ja, ne, eigentlich nicht. Aber, ja, wenn ich... ... sonst nichts machen kann. Na dann... Na dann... Na dann... Läuft die Scheiß wenigstens? Ja, okay. Okay, ähm... 20.07$ habe ich wenigstens. Newcrest... Oh, ist das irgendwas? Newcrest... Schaut sich geil aus. Naja, geil. Geil. Bridgeview... Was? Dieser für mich eine freundliche Nachbarschaft... ...es ist eine hübsche Picknick... ...und... Keine Ahnung... Naja... Warte mal... Ich hab 20.000... Ich... Ich hab... Diese belebte Landstriche... Das ist ja alles... Das ist ja alles... Äh... Die Dinger sind ja... Äh... Öffentliche Dinge, schätze ich mal. Da kann ich... Wohngebet... 5000... 2000... 3000... 8000... Ich bin ja alleine... Also... Fuck off! Äh... Gemütliches Kämmerchen... 1500... 20 x 15... Keine Ahnung... Ich hab mich was leichteres... Bitte, danke... 2000... Ja, komm scheiß drauf... Äh... Go... Könnte dieses perfektes Zuhause sein... Keine Ahnung... Das... Seh ich dann... Himmelkinder... Goddammit, Alter... Was hab ich mir eingetan... Aber... Seriously... Bin ich zu bescheuert... Dass ich das check wie man... Hier umstellen kann... Also wie man... Mein Outfit ändern kann... Oder... Was ist hier los? Oh Gott... Wie ist... Wie wird das jetzt hier laufen? Ach du Scheiße... Ich hab kein... Kein Plan... Kein Plan... Sieh Promi... Zwei Tage bis zur Arbeit... Ich hab schon eine Arbeit... Reiche Level... Zweite Gitarre... Boah... Äh... Was soll die Scheiße jetzt hier... Ich hab ein Handy... Ach du kacke... Notizbuch... Kalender... Okay... Ein simter okay ist... Fühlt sich... Wes... Allgemein wohnen ist an der Hauer... Probier ein paar Dinge aus... Und warte auf was geschieht... Äh... 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 Ich hab ja kein Haus... Ihr Aff... Ich hätt gerne ein Haus gemietet... Was... Was mach ich jetzt... Wenn's regnet... Was was war... Ähm... Hier... Baumodus... Ja genau... Das wär mal nicht schlecht... Aber ein Sandbox... Wäre halt auch nicht so kacke... Aber mit 18.000... Komm ich bin nach Hause... Jetzt nicht so weit... Schätz' ich mal... Grundstückste raus... Neue Kategorien von Grundstück... Irgendwas verwenden... So viel... Bohohoh... Bohohohohoh... Ja schön... Ähm... Ich kann nicht in dem Winkel... Ich kann nicht in dem Winkel... Ich kann nicht in dem Winkel... Ob irgendwas ändern... Hilfe... Alter... Ich seh nichts... Oh mein Gott... Ich sag, was wie es ist... Das ist eine Katastrophe... Okay, das Grundstück ist, aber... Das ist sehr groß... Das find' ich schon mal gut... Oh Gott. Okay, was ist das hier? Morgen. Ah, cool. Cool. Ja, mach mal auf morgen. Überfordert sein Großvater? Zimmer. Ja, ich brauch mal irgendwas. Mach mal. Ach du Scheiße. Warte mal, mach mal eine Wand zum Beispiel. Wandmuster? Nee, ich brauch Wand und Leere irgendwas, genau. Hä? Wend und Leere. Achso, okay. Ich denke, man sieht mein Lost-Sein an, oder? I guess yes. Äh, benutzerdefinite irgendwas. So, hier. Alter, ich würd die Kamera echt gern ein bisschen umstellen, aber es ist nicht vorhanden. Lösch den Motor, blablabla, blablabla, aha. Äh, weiß ich nicht. Äh, dann hör mal. Platz hier. Ah, okay. Äh, 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 ne, warte mal. Lösch die Scheiße. Lösch die Scheiße zurück. Äh, so, bam. Bisschen im Rand, wenn nicht schlecht. Heilige Scheiße, Alter. Tue ich mir an. Ohne Scheiße, tue ich mir an. Dingkack. So, keine Ahnung, ob das hier Synchron ist, oder ist mir eigentlich relativ ralle. Äh. Äh, ja. Alter. Bist du... So, jetzt. Okay. Genau, hier offen muss es sein, dass man was reinzieht. Das, das, das kenn ich noch. Okay, äh. Gibt dann jetzt ein aus. So sieht der ganze Scheiß jetzt aus. Schön, das war's. So, meine, viele Wände habe ich fertig. Katastrophe. Äh, Alter, ich hab 14.000, aber das, wie soll ich hier jemand was auf die Reihe kriegen? Seid ihr komplett behindert? Ich brauch halt, warte mal, gib mir, gib mir einfach ein Dach. Einfach ein Dach, dass ich was über den Kopf hab. Wenn ich wüsste, wo hier ein Dach ist, warte mal. Hier, ne, raus, hier raus, so, hier. Dächer. Äh, gib mir ein Dach. Was für ein Dach? Warte. Äh. Das ist ein bisschen klein. Für das ganze, die ganze Fläche. Hä? Wie jetzt? Was ist das für ein Scheiß jetzt? Bruder, warte. Was für acht, also achteckige Kekse. Gibt es leider auch noch ein größeres Dach, was man irgendwie so verschieben kann, so, wie die, wie die Wand gerade zum Beispiel. Was ist das? Diagonal, wie wird denn? Was zum Teufel? Egal, komm. Das ist mir einfach die Scheiße jetzt. Wenn ich die wieder ziehen, das wär echt geil. Ah, Gott sei fuck. Äh, äh, äh. So, hier, bam. Kostet mir ewigst viel, aber I don't give a fuck. So, und... Alter. Ja. Steuerung ist traumhaft auf PS4. So, die Scheiße hier nochmal rüber. Kostet mich das aber was? Dann kannst du mich dann gleich erst was... So, bam. Okay, cool. So, äh, äh, wie komm ich hier weg? Hallo? Nee, nicht suchen! Wo bin ich denn? Gott dammit. Ah, jetzt. Okay. Okay, äh... Hat das... so ein Kack. Was für kurze mittlere? Weiß ich doch nicht. Mittlere halt. Die fragen mich hier Sachen, ey. Äh, mega Doppeltür. Wie mega? Was für mega? Außentür halt. Ne, normale Tür. Einfach ne Tür. Ja. Ich kann die nicht nehmen. Ich kann die auch nicht nehmen. Warum kann ich keine Tür nehmen? Größere Niveauhöhe erfordert. Achso, geil. Niveauhöhe? Was? Soll das jetzt heißen? Wie? Hä? Hab ich's jetzt schon komplett verkackt? Was für eine Wohhöhe? Plattformleisten. Bruder, ich blicke nicht. Friesen und Außenleisten. Mhm. Was für eine Niveauhöhe hab ich? Hab ich's ins Gehirn gekackt oder was? Bodenmuster. Das ist ja schön. Fundament. Geil. Äh, 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 äh. Pfff. Ich will einfach nur ne fucking Tür machen. Weißt du? Weißt du? Weißt du? Weißt du? Mhm. Aber die Sau lässt mir keine Tür zu machen, Mann. So, bam. Geht die Kacke jetzt? Das geht? Hä? Warum geht das jetzt? Ich check's nicht. Egal, es geht. Der Rest ist mir egal. Es geht. Einfach, es geht. So, passt. Okay. Ähm. Dass der Wichser auch schlafen kann. Beziehungsweise, dass ich schlafen kann. Ich Wichser. Äh, Innenraum. Äh, 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 hier. Äh, äh, du. Bam. Ist mir sowas von einfach der billigste von billigen. Ja, billige 2 und 5 muss ich eigentlich auch nicht. Aber, so ein bisschen Blaubart reinballern. Und dann. Ja, toll. Ja, geil. Wäre halt nicht schön, wenn ich was sehen würde, wa? Was soll denn die Kacke jetzt? Hab ich, wo hab ich den jetzt? Hab ich den? Oh Gott. Äh. Gliedernetz. Nein, nicht das. Das ist nur der Scheiß. Wie kann ich ihn hier? Schnell ist ein Tool. Nee. Schnell ist halt die Bette. Nee. Wo kann ich hier das Haus so im Baumodus sehen? Rückgänglich. Nee. Hä? Design Tool. Hä? Bruder, ich will die Scheiße sehen. Äh. Was ist das? Äh, rückgänglich. 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 Nein, nicht die Tür. So. Das obligatorische Bett, wo auch immer das sein soll. So. Warte, warte. Komm. Mach jetzt einfach, nee. Äh. Geh weg mit dem ganzen Dreck. Zurück, 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 zurück. Wie weit komme ich zurück? Keine Ahnung. Ja. Wie komme ich in den normalen Modus jetzt wieder? Mach das Glied. Mach das Gliedern jetzt aus. Und jetzt in den normalen Modus. In den normalen Modus. Wo ist der normale Modus? Was für den Namen des Grundstücks? Juckt mich nicht. Außer sind wir da. Interessiert mich auch Null. Geil. Wählen. Ja, warte. Bin ich, komm. Verschieben. Das ist ja schön für das Verschieben. Achtung. Live-Modus. Na, endlich. Boah, Alter. Alter Schwede der Nacht. So, Kollege. Jetzt du. Geh mal. Äh. Hier rein. Betreten, verboten. Tür abschließen. Als Haustür festlegen. Ja, damit passt ja. Dann geh rein. Maybe. Hast du Bock? Hast du Bock rein zu gehen? Ja, ich seh halt auch nix. Was für unwohl. Tür abschließen? Jeden außer mir, mir egal. Wär halt geil, wenn er reingehen würde, wa? Wenn ich mal was sehen würde. Ah, ich hab's gewusst. Dass die Scheiße wirklich unten ist. Äh, oben. Beim... Unsinnig sein sollte. Verdammte Kacke, doch mal. Ja, ich komm bei nicht jetzt hierhin. Das ist das Thema. Okay, äh, ba, 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 ba. Bau-Modus. Leggi-leg-leg, leggi-le-leg. So, Kollege, dich würde ich gerne... Äh... Runter... Runter... Zieh... Zieh... Wieso musst du Scheißhaufen da unten sein? Äh, da oben sein? Gilt er denn jetzt ein aus? Gilt er denn jetzt ein aus? Ein aus? Halb... Watt für ne Funktion! Boah! Wie komm ich mit dieser Scheiß... Wie komm ich mit diesem Scheißbett irgendwo hin? Oh, net kack. Ich sag, geht dat net? Was viel... Ist überschneiden doch nix, du Affe! Kann keine Ahnung wirklich überschneiden. Ja, nee. Ah, hier! Na, geht doch! Alter, was eine Geburt, ey! Das ist ja eine Katastrophe! Live-Modus, so, ab dafür! Es wäre halt echt nicht schlecht, wenn er noch reinkommen würde. Zutat gestatten... Aufschließen, genau! Mach auf die Scheiße! Und am besten... Was willst du für unwohl? Was ist mit dir bringt bitte? Ja, ist mir relativ... Ich komme mir nicht mal null klar auf den ganzen Gag. Aber eines kann ich dir sagen, woran wir auch nicht klarkommen. Dass meine Steuerung irgendwie komplett scheiße ist. Wie komme ich... Irgendwohin hier? Boah! Alter! Ich verforderte ohne Ende! Gameplay! Hä? Das war nicht das, was ich gerade gemeint habe. Aber okay. Ah, hier. Äh... 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 Was haben... Eben... Warte mal. Ich kann unterfahren, was das jetzt ist. Nee. Ich habe absolut kein... Bin ich jetzt? Das ist... Das ist... Das stimmt. Pfff... Äh... Hmhm... 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 Dann passt du eh, dann bist du verk... Das drückt, oder? I guess... I hope... Ah, okay. So rum. Okay, äh... Hä? Keine Ahnung. Gut. Äh... Was machst du mit dieser Scheiß-Tür-Hawara? Tür absch... Nee. Hä? Habe ich die mir zugemacht aus Versehen, oder? Was hat er mit seinem Handy die ganze Zeit vor? Ey, ich werde wahnsinnig. Soziale Medien, kommentieren zu Instagram. Was ist hier? Lohus. So simstagram-Story. Ja, volle Kanüle, Junge. Du sollst dir die Scheiß-Tür aufmachen. Nicht mehr, nicht weniger. Objekt ziehen. Will ich nicht. Aktuelle Aktion abbrechen. Weiß ich nicht. Macht er eh nicht. Doch. Kann man schwenken. What? Ah. Okay, wenn es kein... Ah. Okay, das ist mir 2-0, aber okay. Boah, ja. Jürgen, ich komme hier nicht in diese Scheiß- Ich komme hier nicht rein. Ich komme hier nicht rein. Warum komme ich hier nicht ra... Mega geil. Puh. Plan B. Zurück zum Hauptmittel. Einfach zurück zum Hauptmittel. Ohne speichern, ohne irgendwas. Ja, das ist ja Katastrophe. Nimm die Scheiß noch auf, ja. Oh. Oh, ja, 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 ja. Okay. Wie machen wir ein anderes? Ich weiß noch nicht was. Neues Spiel. Ja. Gibt es irgendwie einen Sandbox-Mont, wo der aber echt nicht schlägt? Ich glaube für den Loob, wird das echt nicht so verkehrt. Denke ich. So, ne. Kannst du mir mal schlecken. Ich will einfach erstens mich bearbeiten, zweitens den fucking Sandbox-Modus reinballern. weder das noch das ist super. Galerie. Ich habe keine Galerie, aber Ja, der Scheiß hat. Ja, gar, jetzt bin ich schon ins Team gespeichert. Super toll. Ich habe nie was gesagt, dass er mich hochladen soll, aber super toll. Ach. Du. Scheiße. Was gibt Zoe Flores morgen? Wer? Wer? Welche Scheiße? WWE Wrestling GE Was? Das kann ja nur von mir sein, aber habe ich das jemals gemacht, was ich von dem ich nichts weiß, oder was? Hä? WWE Wrestling E Ja, das war sicher ich, aber mit so einem Fick, oder wo? What? Jetzt bin ich komplett verwirrt. Aber komplett. Okay, ist mir egal. Ich will doch nur meinen Wichser bearbeiten, aber es funktioniert halt nicht. Ausgründen. Ich habe auch schon zwei, ey, da. Da, wie war's, dann ist mir jetzt egal. Kommt immer einfach irgendwas. Ja, früher, ja. Jünger Erwachsener, ja. Ja. Auch schön, so. Du. Ist mir jetzt auch egal. Einfach mal mal so testen, dass ich gar keine, was geht. Gustav Günther ist mir Furziger, oder Bruno Bruno Sommer, schön. Zufall, ist mir Wayne. Ähm. Halt dein Maul. Halt dein Maul. Bruno Sommer, schön. Spiel. Alle Flächen. Boah. Junge. Geh mir auf den Keks, ne? Da, den kann sie haben. Den kann sie haben. Den kann sie haben. Achso, okay, passt, fertig. So, weg, weg. Spielen. Ja, ich will aber, kurva. Bin ich zu doof, oder kann man kein, kein Sandbox-Modus, oder, kann man sich nicht selber erstellen, oder check ich es einfach null? Vielleicht muss ich mir echt ein Let's Play mal von dem Kack anschauen, dass ich mir irgendwie ein bisschen planen habe. Aber das ist ja eine Zumutung. Willowcreece, keine Ahnung, war mir noch nicht. Außerbleiben, schön. Ist das mir... Kann ich hier irgendwo rein? Kannst du dir nicht leisten? Ne, 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 warte. Ist das nicht alles? Warum denn? Also, wie könnte... Kann ich in keine VG so'n Kack machen? Sims können nur auf Wohnkostücken wohnen. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Wohngrundstück. Das wäre jetzt mal ein Haus, okay. Das ist ja schon mal irgendwas. Fick dich. 13.000... 15.000... Warte, warte, komm. Knarre in der Hütte, geil. Mob...möbliert. Grundstück planiert. Ne, 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 mobiliert, danke. Das war vorher nicht, weil ja vorher nicht mal ein Haus da war. Bam. So, kauf die Scheiße jetzt. Geh hin, kauf die Scheiße. Und dann, keine Ahnung. Bin ich jetzt hier allein, oder? Boah, ich bin... Alter. Lost bis zum Bescheidwerden. Hm, 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 so. Jetzt sind wir da. Und jetzt bin ich gleich mit dem Feuer. Äh, Kollege, geh mal hier hin. Okay, bin ich hier allein? Anscheinend, ja. Aber ein Doppelbett. Ein Doppelbett und ein kleines Bett. Also gestenzimmermäßig. Und hier könnte ein Fernseher theoretisch stehen. Und, ja. Okay, warte, warte. Wir machen jetzt einfach mal. Hier ist ein kleiner Fernseher, ein Mini-Fernseher. Wir werden jetzt einfach, weil ich sowieso keinen Plan habe, äh, Welten verwalten. Was? Nein, keine Ahnung. Fuck. Äh, ich will einfach nur einen Flashscreen-Fernseher kaufen. Das ist alles, was ich nach dem Part machen will. Keine Ahnung. Ob das funktioniert, wo das funktioniert, wie es funktioniert. Ich weiß es nicht. Funktionen. Ja, schön. Ah, die Scheiße. Dekoapparat. Wenn ich mal was auslösen kann. Apparate. Apparate? Ja, das meine ich jetzt nicht. So, was meine ich jetzt nicht? Ach Gott. Okay, Plan B. Nein. Ah, hier kann ich zwischen den Ebenen schalten. Gut, ob man jetzt einmal jemand sagt. Äh, Fernseher. So, du hast die Scheiße, geht sogar. Nein, geht nicht. Hier, geht die Scheiße. Holy shit. Ich habe zu viel die Kohle, man kennt es. 2000, 3000, weiter, warte, komm, hau her, die Scheiße. Ist mir eh all. So, bam, Flatscreen ist in, man. Jetzt aber wieder, dass ich hochkomme. Doch, Bam. Sieht zwar beschissen aus, hoch 1000, aber ist mir egal. Bam. So, perfekt. So, und jetzt, äh, weg hier, wieder live. Nein! Jetzt gedrückt. Dermat, hier hoch. Live-Modus. So, und du Wichser, gehst jetzt hier hin und gehst fernsehen. Kein Blammer, was du sonst vorerst, aber geh fernsehen, buch, was für ein Buch, aber... Boah. Schlimm. Echt schlimm. Echt schlimm, aber jetzt check ich das mal, dass es hier, dass es hier verschiedene Ebenen gibt. Also ich wusste, dass es verschiedene Ebenen geben könnte, aber kein Blau-Wie. So, geh jetzt, weiß ich nicht wohin und geh einfach fernsehschauen. Okay, aktuelle Präsent, ob es jetzt hin, passt, cool. Das, das, das war's, okay. Ja, nee, das war's wirklich. Äh, ich bin voll lost. Also voll. Ich müsste mir vielleicht mal irgendein Video anschauen, so ein Tutorial für Sims. Weil, oder eher, wie kann man denn jemanden erstellen, man? Weil das ist ja keine Stelle hier, muss man, geht das echt erst mal ein... Sims 2 war es ja so mit einem Schrank kaufen. Und dass man einen Schrank kaufen muss, und dann konnte man, äh, ehrlich, schuldig, nur, ehrlich, schuldig, nur, geil. Ja, Mathematik, tritt's mir egal. Äh, und dann kann man sich einkleiden. Gibt das hier auch nur, oder wie, 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 wie sonst? Keine Ahnung. Gut. Äh, Beziehungen, Simologie, was hat man da gesagt? Bedürfnis, schön, Fähigkeiten, Karriere, ich bin komplett lost. Okay, ich würde sagen, das war's dann. Von dem Video, kein Plan, ob es hier noch mehr gibt, ich, ich, ich denke nicht, ich weiß es nicht. Oh, okay, zum Glück habe ich das jetzt überlebt. Boah, boah, pain, lost, alles. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Jetzt muss ich nur irgendwie schauen, dass ich die Scheiße jetzt hier synchron abschließe. Also, ciao. Bis dann. Bye. Ciao. Ciao.